Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Heute sprechen wir über das Thema Berge endlich öffentlich. Fragzeichen. Oder Punkt. Je nachdem. Mal schauen, vielleicht finden wir es in dieser Episode ja raus, ob die Berge tatsächlich endlich öffentlich erreichbar sind. Denn das wird heute tatsächlich unser Thema sein. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, inwiefern es eigentlich jetzt im 21. Jahrhundert möglich ist, die Berge auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Selbstverständlich ist das nämlich definitiv nicht. Gerade früher, als die Infrastruktur noch deutlich schlechter war, 80er und 90er Jahre, da war es fast unmöglich, ohne ein Auto oder ohne ein Fahrrad zumindest in die Berge zu kommen. Es blieb einem nichts anderes übrig, als in ein Auto zu steigen, auf ein Fahrrad zu steigen oder dann letztlich eben zu Fuß zu gehen. Aber wer konnte schon vielleicht 200 Kilometer bis in die nächsten Berglandschaften zu Fuß gehen? Und wenn man diese Berge dann mal abgearbeitet hatte, naja, dann musste man ja noch weiter gehen, um wieder neue Berge zu entdecken. Ihr seht also, das Ganze war ja definitiv sehr, sehr mühselig. Und es wurde aber über die letzten Jahre, oder vor allen Dingen über die letzten 20 Jahre, immer besser. Es hat sich immer mehr verändert. Ironischerweise hat es sich aber mittendrin tatsächlich dann auch wieder verschlechtert. Und Anlass für diesen Podcast ist das sogenannte Klimaticket, das ich allen Leuten dann auch mal kurz erklären möchte, die vielleicht aus Deutschland kommen. Keine Angst, das ist jetzt keine Werbung für irgendetwas, sondern es ist ein interessanter Anlass, um über dieses Thema gerade in Bezug auf den Bergsport zu sprechen, weil es mir persönlich auch sehr wichtig ist. Aber das jetzt mal nur eine kurze Einleitung. Sprechen wir zuerst wie immer über das wunderschöne Wetter draußen. Ich hoffe, ihr hattet ein paar nette Touren dieses Wochenende oder konntet in den letzten Tagen ein paar coole Projekte umsetzen. Der Herbst ist tatsächlich mal wieder so einer, wie man den Herbst auch kennt. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, ein bisschen Schnee oben, aber alles nicht dramatisch. Es gab nicht wie letztes Jahr diesen radikalen Wintereinbruch, schon Anfang, Mitte Oktober und dann war wirklich Schicht im Schacht, sondern wir haben dieses Jahr tatsächlich einen Herbst. Im Hochgebirge liegt natürlich schon sehr viel Schnee, im Mittelgebirge liegt Schnee. Und unten in den Tälern ist es noch relativ warm. Und ich finde das sehr angenehm und vor allen Dingen auch sehr überraschend, denn das ist etwas, was wir schon länger nicht mehr erlebt haben. Und das ist aus einer Klimaperspektive auch mal wieder ganz nett, einen Herbst zu erleben. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wie findet ihr das Wetter aktuell? Vielleicht könnt ihr ein paar Sachen umsetzen. Schreibt es gerne auch in die Kommentare. Aber naja, das war wie immer der wöchentliche Wetterupdate. Naja, sprechen wir aber über dieses Klimaticket. Was ist denn ein Klimaticket? Die österreichische Bundesregierung hat vor langer Zeit, vor vielen Monaten, sich selbst den Auftrag gegeben, wir wollen ein Ticket, das sozusagen öffentlicher Verkehr damit tatsächlich massentauglich wird. Denn in Österreich gibt es schon ein gewisses Problem. Im Vergleich mit Deutschland beispielsweise ist der öffentliche Nah- und Fernverkehr wirklich, wirklich gut ausgebaut und auch sehr erschwinglich. In Deutschland sind Zugtickets beispielsweise, wenn man die gleiche Strecke berücksichtigen würde, deutlich, deutlich teurer. Die Sache ist aber, dass in Österreich trotzdem eine gewisse Unzufriedenheit damit herrschte, dass man viele Orte einfach nur über sehr kostspielige Jahrestickets beispielsweise erreichen konnte. Gerade Pendler waren davon sehr oft betroffen, die zwischen Bundesländern hin und her fuhren. Jetzt kam irgendwann eben die Regierung auf die Idee, oder zumindest das Verkehrsministerium, dass man doch ein Ticket umsetzen könnte, das in ganz Österreich, aber auch in kleineren Teilen Österreichs, dann pauschal für einen deutlich günstigeren Preis als die individuellen Jahrestickets verkauft werden kann. Das war eine löbliche Idee und ich bin von dieser Idee auch sehr überzeugt. Ich glaube, dass der öffentliche Nah- und Fernverkehr die Zukunft sein wird, wenn man über klimaschonende Politik spricht. Aber das soll jetzt hier gar nicht der Anlass für politische Sprachen sein, sondern das soll vor allen Dingen die Frage sein, ist eigentlich ein öffentlicher Nahverkehr und der Bergsport miteinander vereinbar und kombinierbar? Denn infrastrukturschwache Gegenden hatten immer schon das Problem, dass sie, obgleich ihrer Relevanz für gewisse Minderheiten, nie mit dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr erreicht werden konnten. Logisch, sonst wären sie ja nicht infrastrukturschwach. Es war für mich immer schon einfach, nach Wien zu fahren, von einer großen Stadt in eine andere große Stadt zu fahren. Das war immer schon sehr einfach. Es war vielleicht etwas kostspielig, aber es war definitiv, gerade wenn man alleine reist, billiger als das Auto. Das ist zumindest der Stand in Österreich immer schon so gewesen. Jetzt kommt ein Jahresticket, mit dem es möglich ist, jedes Verkehrsmittel, egal wo man in Österreich sich gerade befindet, kostenlos nutzen zu können. Sogar private Bahnen sind dabei inkludiert. Und ich möchte da jetzt gar keine Werbung für dieses Klimaticket machen, sondern ich möchte vor allen Dingen, dass alle mal wissen, worum es hier eigentlich geht. Also es geht um ein Ticket, das relativ verschwinglich ist, gerade zum Beispiel für Studenten oder Leute unter, ich glaube, 27 oder so, kostet das Ding nur 700 Euro im Jahr. Damit kann ich aber im gesamten Land Österreich mit jedem Verkehrsmittel, egal ob Nahverkehr, Fernverkehr, Regionalbahnen, whatever, kostenlos, ich zahle natürlich was dafür, aber dann eben kostenlos fahren. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Natürlich kann man das nicht mit Deutschland vergleichen, aber das würde man zumindest mit Bayern vergleichen können. Da sprechen wir von ähnlicher Größe, ähnlichem Ausbau der Infrastruktur und ähnlicher Verteilung von großen und mittleren Städten. Wenn man das jetzt vergleichen würde mit Bayern quasi, dann müsste man davon ausgehen, dass man in ganz Bayern für 700 Euro im Jahr komplett kostenlos mit jedem Verkehrsmittel inklusive Straßenbahnen, Bussen und so weiter in München kostenlos dann fahren kann. Das ist also eine ziemlich große Sache eigentlich. Aber gerade für die Bergwelt ist es doch spannend, sich zu überlegen, kann ich denn dann überhaupt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch die Berge erreichen? Und da muss man vielleicht ein wenig ausholen. Der Bahnverkehr war in den 90er und Nuller Jahren in Österreich streckenweise tatsächlich besser, als er vor fünf Jahren beispielsweise war. Der Grund dafür war, dass infrastrukturschwache Gegenden mit Schienennetzen ausgestattet wurden, um sozusagen auch die hintersten Winkel des Landes mit der Bahn erreichen zu können. Natürlich war man beschränkt auf große Täler, damit auch natürlich dieser Bau vonstatten gehen kann. Es ging natürlich nicht, dass man sozusagen auf jeden Berg hinauf eine Bahn hätte bauen können, aber es ging vor allen Dingen darum, größere Täler damit auszustatten. Und die Bevölkerung hat dieses Angebot auch genutzt. Jedoch war das natürlich für die österreichischen Bundesbahnen immer ein Minusgeschäft. Hingegen der Fernverkehr war immer schon ein Plusgeschäft. Und das gibt die Bahn natürlich auch gerne zu. Sie investierten also Geld in den Ausbauinfrastruktur armer Gegenden und kompensierten diese Kosten dann eben mit den Einnahmen durch den Fernverkehr, gerade zwischen großen Landeshauptstädten, wo eben sehr viel Geld lukriert werden konnte. So hat sich das dann eben die Waage gehalten. In den letzten 20 Jahren wurden dann aber die Bahnen immer weniger tatsächlich. Eisenbahnen wurden teilweise privatisiert, gewisse Strecken wurden privatisiert. Viele Strecken wurden auch aufgelöst. Teilstrecken wurden komplett abgeschafft. Züge fuhren nicht mehr so weit wie früher. Es hat sich einfach nicht mehr gerechnet. Somit wurde quasi die Infrastruktur immer schlechter, obwohl die Einnahmen, gerade über den Fernverkehr, eigentlich immer gleich blieben. Das ist etwas, was natürlich niemandem so richtig gefallen hat. Und gerade die 5, 6 Leute, die am Tag vielleicht aus dem hintersten Tal irgendwo in Ostösterreich in eine etwas belebtere Gegend wollten, ja gerade die waren natürlich angepisst, weil die wollten eigentlich ja immer öffentlich unterwegs sein. Es war noch nie möglich, im hintersten Tal irgendwo zu wohnen und kein Auto zu besitzen. Das war immer schon eine Illusion. Aber die Bahn bot gewisse Alternativen zumindest für die ein oder andere Strecke an. Das hat sich dann eben ins Schlechtere entwickelt und genau dem will man jetzt eben auch wieder entgegenwirken. Indem man auf der einen Seite sagt, okay, wir machen den öffentlichen Verkehr attraktiver, indem wir ihn günstiger machen, insgesamt günstiger mit solchen Initiativen wie dem Klimaticket. Und auf der anderen Seite will man diese Bahnstrecken auch wieder beleben und wieder zurückholen und teilweise eben also quasi in den Ausbau der Infrastruktur investieren. Das mag für alle deutschen Zuhörer jetzt vielleicht irgendwie langweilig klingen, weil es jetzt eben um mein Land geht, das für euch vollkommen irrelevant ist. Gerade die Infrastruktur in Österreich interessiert ja keinen Hund in Deutschland, zu Recht. Aber ganz spannend ist damit eigentlich auch die Frage, können wir eigentlich öffentlich in die Berge kommen? Wenn wir jetzt diesen kleinen Ausflug in die 90er und Nuller Jahre, als die Bahnnetze und die Verbindungen immer schlechter wurden, mal kurz ausklammern und darüber reden, wie das in touristisch sehr belebten Gebieten aussieht, dann wird man sehen, dass es hier einen ganz anderen Ansatz gibt, der von den österreichischen Bundesbahnen mit dem Schienenverkehr ganz gänzlich übersehen oder beziehungsweise vielleicht auch bewusst ausgelassen wurde. Schauen wir uns dafür das Beispiel Kühthei an. Das Kühthei ist einer der beliebtesten Touristen-Hotspots, gerade im Winter. Wenn man hier in Nordtirol vielleicht mal Ischgl ausklammert und also den ein oder anderen Meierhofen etc. ausklammert, dann ist Kühthei definitiv einer der Hotspots. Hier gibt es diese typischen Après-Ski-Partys, hier ist alles auf Tourismus getrimmt. Ich glaube, in Kühthei wohnen insgesamt, glaube ich, 40 Leute gemeldet. Also da wohnt niemand, sondern das ist eine Stadt, die nur aus Hotels und Party besteht. Es ist so ein typisches Ischgl eben. Ischgl sagt uns ja seit vorletztem Winter, sagt ja wirklich jedem was. Deshalb, so kann man sich das im Prinzip vorstellen, gleich in der Nähe von Innsbruck. Das Interessante an Kühthei ist, dass tatsächlich auch ein Bus dahin fährt. Also man kann sich in Innsbruck am Bahnhof in einen Bus hineinsetzen und der fährt bis ins Kühthei. Auch im Sommer, also der verkehrt das ganze Jahr über. Auch zu Zeiten, in denen vielleicht überhaupt kein Tourist diesen Bus nutzen würde. Und das ist tatsächlich öffentlicher Verkehr. Also es geht hier nicht um einen Shuttle-Service ins Tourizentrum, sondern der bleibt einfach in den Ortschaften, die davor und danach sind, stehen. Das heißt, wahrscheinlich würde dieser Bus auch verkehren, wenn es diesen ganzen Touri-Wahnsinn im Kühthei gar nicht gäbe. Er würde wahrscheinlich auch verkehren, einfach nur um die Personen, die in den kleineren Ortschaften dazwischen wohnen, von A nach B zu bringen. Das ist ein enormer Mehrwert. Und ganz, ganz spannend ist dabei, dass der Tiroler Verkehrsverbund hier dann auch noch Rücksicht auf Bergsteiger nimmt. Denn tatsächlich hält dieser Bus auch bei Wanderwegen, wo einfach beliebte Wanderwege starten, da hält dieser Bus einfach an. Und in Tirol ist es interessanterweise auch immer noch so, dass man sich manchmal auch mit dem Busfahrer absprechen kann, ob er einem vielleicht nicht irgendwo mitten auf der Strecke mal kurz aussteigen lassen kann. Also all das ist irgendwie schon sehr darauf ausgelegt, dass man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bergsteigen fahren kann. Voraussetzung für den öffentlichen Verkehr und den Bergsport in Kombination ist natürlich immer, dass man zu einer ordentlichen Zeit, in einer ordentlichen Zeit zum Zielort kommt. Und das ist etwas, was der öffentliche Verkehr natürlich schlechter kann als das Auto. Der öffentliche Verkehr liegt oder ist darauf ausgelegt, dass er in vielen Orten hält, damit er viele Menschen einsammeln kann, aber nicht zu viele Orte in Betracht zieht, damit er nicht komplett ineffizient wird. Weil wenn er quasi alle fünf Meter stehen bleiben würde, ja dann hätten wir in kürzester Zeit den Salat, dass wir ja zwei, drei Stunden brauchen, um vielleicht mal fünf Kilometer vorwärts zu kommen. Dieser Spagat ist natürlich alles andere als leicht. Und so richtig recht machen wird man es nie wehen können. Denn der Innsbrucker, der wird sich freuen, wenn quasi dieser Bus kein einziges Mal bis ins Kühteil hält. Die Leute, die dazwischen irgendwo in den kleinsten Dörfern im Sellrhein wohnen, die freuen sich natürlich schon, wenn der Bus hier hält und mit dem sie dann nach Innsbruck kommen. Natürlich auch hier wieder. Die Leute, die im Sellrhein wohnen, haben natürlich alle ein Auto. Aber es ist schön, wenn man diesen Menschen auch eine Alternative anbieten kann. Der Individualverkehr ist deutlich schlechter für das Klima als der öffentliche Verkehr. Da gibt es unzählige Studien, die genau das belegen und beweisen können. Aber das ist auch uns allen klar, das wissen wir alle natürlich, dass der Individualverkehr schlecht ist für das Klima. Trotzdem, und da muss man ehrlicherweise auch sagen, da zähle ich mich auch ganz, ganz stark dazu, bin ich jemand, der den öffentlichen Verkehr nicht grundsätzlich ablehnt, der aber immer irgendwie Bauchschmerzen kriegt, wenn er daran denkt, dass er jetzt mit den Öffis in die Berge fährt. Wenn ich ins Ötztal will, ins Wend beispielsweise und die richtig hohen Berge Tirols besteigen möchte, dann müsste ich immer einen extra Tag für die Anfahrt und Abfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit einberechnen. Denn der Bus, der fährt zwar einmal, ich glaube einmal die Stunde oder einmal alle zwei Stunden, aber das Problem ist, er braucht eben länger als ich mit dem Auto ins Ötztal und auch wieder zurück. Und das ist so viel länger, dass es sich für mich nicht ausgehen würde, dass ich mitten in der Nacht hinfahre, auf einen Berg gehe, wieder runter gehe und dann wieder nach Hause fahre. Das funktioniert einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln so nicht. Der erste Grund dafür ist natürlich die Zeit, die dieser Bus oder der Zug dann braucht, bis er dort ist, weil wie gesagt, er braucht natürlich diese ganzen Stops dazwischen, damit er auch genug Leute einsammelt, damit er auch attraktiv genug ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich die Abfahrtszeit auch. Wenn der Bus erst um 6 Uhr morgens in Innsbruck losfährt, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich viel zu spät dort bin. Natürlich ist es aber auf der anderen Seite für den öffentlichen Verkehr völlig logisch, dass er erst um 6 Uhr morgens startet, denn ab vor 6 Uhr morgens wird keiner irgendwo hinfahren wollen. Also es gibt keine richtigen Argumente dafür, um 3 Uhr morgens oder um 2 Uhr morgens irgendwelche Shuttlebusse nur für Bergsteiger zu organisieren, wo dann vielleicht zwei Leute am Wochenende drin sitzen und null Leute unter der Woche. Es gibt solche Angebote von ein paar Regionen, also es gibt ein paar Regionen, wo es dann so Bergsteig-Ataxis und sowas gibt, aber das ist ja dann auch schon wieder sehr spezifisch auf Tourismus ausgelegt. Also es ist tatsächlich so, dass der öffentliche Verkehr immer noch ein Problem hat, wenn er sich beim Bergsteigen durchsetzen will. Jetzt muss man sich aber auch die Frage stellen, wenn wir in die Berge gehen wollen, dann könnten wir uns doch auch einfach die Zeit nehmen. Wir machen das ja in den Bergen auch. Wir nehmen uns die Zeit, Aussicht zu genießen, wir nehmen uns die Zeit, auf der Hütte zu bleiben, wir nehmen uns die Zeit am Gipfel. Wir könnten uns genauso die Zeit nehmen, in die Berge zu reisen. Eigentlich ist der öffentliche Verkehr ja meiner Meinung nach was Schönes. Ich setze mich beispielsweise viel lieber in den Bus und schaue beim Fenster raus, als selber hinterm Steuer zu sitzen und die ganze Zeit konzentriert sein zu müssen. Das genieße ich einfach, denn ich kann auch einfach ein Buch lesen oder ich kann irgendwas recherchieren, Musik hören und so weiter, vielleicht mich auf etwas anderes konzentrieren. Das alles kann ich hinterm Steuer nicht. Viele Leute tun es zwar trotzdem, aber das ist ja dann eher unverantwortlich. Die Aufgabe des öffentlichen Verkehrs sollte es also sein, die Menschen gemütlicher und komfortabler an ihr Ziel zu bringen, aber nicht unbedingt an jedes Ziel. Und hier muss man natürlich eine Grenze ziehen. Wer bestimmt denn eigentlich, was ein relevantes Ziel für den öffentlichen Verkehr ist und was nicht? Je weniger Leute eine Strecke brauchen und je weniger Leute zu einem gewissen Ziel mit dem öffentlichen Verkehr müssen, desto unwirtschaftlicher ist es natürlich auch für den dementsprechenden Organisator oder für die österreichischen Bundesbahnen oder das Verkehrsministerium oder wem auch immer man das jetzt hier unterstellen möchte. Natürlich kann man ab einem gewissen Punkt mit der Wirtschaftlichkeit argumentieren, aber man muss auch dazu sagen, dass es in den letzten Jahrzehnten ja auch so funktioniert hat, dass die Einnahmen auf der einen Seite die Ausgaben auf der anderen kompensieren konnten. Das könnte man genau so, wie es damals war, auch heute wieder handhaben. Und natürlich ist es jetzt schwierig, dass man diese infrastrukturarmen Gebiete wiederbelebt, wenn man gerade seitens der Politik so viel Geld in die Hand nimmt, um den öffentlichen Verkehr als Massenprodukt zu subventionieren. Das bedeutet, man macht den Menschen das Ticket billiger, aber dafür kostet es dem Staat so viel Geld, dass er vielleicht auch kein Geld mehr hat, die Infrastruktur als Ganzes auszubauen. Man könnte es auch etwas anders veranschaulichen. Wenn ich die Hütte, die 100 Schlafplätze hat, von 20 Euro die Nacht auf 5 Euro die Nacht reduzieren würde, dann würden viel, viel mehr Menschen vielleicht kommen, weil sie das als ein gutes Angebot betrachten. Jedoch, wenn man die Hütten und Schlafplätze nicht vermehrt, also die Hütte ausbaut, dann kriegt man trotzdem nicht mehr Leute unter. Und das heißt, der limitierende Faktor ist definitiv die Infrastruktur und nicht unbedingt der Preis. Das heißt, wir haben hier vielleicht auch einen falschen Ansatz, denn es wurde sehr viel Geld für dieses Klimaticket eben in die Hand genommen, um hier alle einzelnen Verbunde und so weiter unter ein Dach zu bekommen und alles unter einen Hut zu kriegen und dann mit einem einzigen Preisschild zu bepreisen. Aber dieses viele Geld hätte man vielleicht auch einfach in die infrastrukturarmen Regionen stecken können, um diesen Nahverkehr, aber vielleicht auch den Fernverkehr in diesen Regionen zu verbessern. Wir als Bergsteiger sind immer auf unser Auto angewiesen und werden das in den meisten Regionen auch weiterhin sein. Das Interessante wäre meiner Meinung nach gewesen, wenn man den Menschen tatsächlich für die Outdoor-Aktivitäten eine Alternative anbieten könnte. Und ich verstehe die Argumente, dass das nicht möglich ist, weil, wie gesagt, je schlechter eine Region besucht ist, desto unwirtschaftlicher ist es eben auch für die Leute, die oder für die Unternehmen, die dann quasi diesen öffentlichen Verkehr organisieren müssen. Ich finde es ja ganz interessant, mal auszuprobieren, auf welche Berge ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in welcher Zeit eigentlich komme und wie viel Zeit es mich mehr kostet, wenn ich damit mit dem, oder wie viel Zeit es mich weniger kostet, wenn ich mit dem Auto hinfahren würde. Also, falls euch sowas interessiert, kann ich dazu auch vielleicht mal eine kleine Videoserie machen, wo ich ein paar Berge besteige und da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreise. Das fände ich persönlich nämlich auch ganz spannend, denn in der Vergangenheit habe ich die Erfahrung gemacht, dass das unterschiedlich gut funktioniert. Und diesen Unterschied, den kann man ja natürlich an der Belebtheit der Regionen festmachen. Wenn ich zum Beispiel ins Kütay möchte, dann bin ich in einer Stunde definitiv dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn ich aber vielleicht, sagen wir mal, ach, keine Ahnung, ins hinterste Wipptal möchte, dann könnte das schon deutlich, deutlich schwieriger werden. Denn entweder die Verbindung fährt sehr selten oder braucht sehr lange oder sie fährt vielleicht gar nicht und dann hat man natürlich die Herausforderung, dass man noch viel mehr Strecke zu Fuß bewältigen muss. Das ist sowieso etwas, was wahrscheinlich der größte Knackpunkt ist, wenn man darüber spricht, dass man öffentlich in die Berge möchte. Wir wollen oder viele von uns, da bin ich mir sicher, wollen vielleicht auch das Auto einfach zu Hause stehen lassen oder haben gar kein Auto und würden gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Uns ist es aber dann vielleicht letztlich auch zu blöd, dass wir dann einen Mehraufwand von 10 Kilometern Fußweg auf uns nehmen müssen, nur um das letzte Stück zwischen unserem eigentlichen Bergfuß und der letzten Station der Bahn zu bewältigen. Und das kann ich nachvollziehen, weil das ist mir persönlich auch zu blöd. Und wenn ich überlege, dass ich sechsmal umsteigen muss und dann, wenn vielleicht einer eine Minute Verspätung hat, dann verpasse ich es und der gesamte restliche Ablauf geht dann in den Arsch, dann bin ich natürlich extrem sauer und das ist mir dieses Risiko auch nicht wert. Denn wenn ich ein Wochenende Zeit habe für eine Tour und dann steht und fällt das alles damit, ob der Bus rechtzeitig ankommt und ob der nächste Bus vielleicht dann auch noch auf mich wartet oder eben nicht, dann ist mir das zu viel Risiko, weil dann bin ich quasi einen ganzen Tag im Bus oder im Zug und wenn dann etwas schief geht, dann bin ich den nächsten Tag wieder im Bus und Zug, nur um wieder zurückzukommen und habe im Prinzip nichts erlebt. Es gibt also Baustellen und Probleme mit dem öffentlichen Verkehr, die nicht zu vernachlässigen sind und die nicht zu unterschätzen sind. Ich glaube, wir Bergsteiger wären schon bereit, vor allen Dingen, weil viele von uns ja durchaus auch naturbewusst sind und natürlich ihnen auch bewusst ist, dass wir die Alpen als einen Naturraum und als die Umwelt schätzen sollten und uns mehr oder weniger auch um sie kümmern sollten. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es uns sehr schwer gemacht wird. Und wie gesagt, ich habe schon verstanden, warum es schwierig ist, gerade aus politischer und wirtschaftlicher Sicht, dass man jedes hinterste Tal mit öffentlichem Nahverkehr ausstattet. Das ist mir alles schon klar. Aber trotzdem sollte man das eben ansprechen und vielleicht darüber nachdenken, ob der Individualverkehr nicht dadurch reguliert werden könnte, dass man den öffentlichen Verkehr weiter ausbaut und vor allen Dingen zu Zeiten ausbaut, in Form von Shuttle-Services beispielsweise, die das Bergsteigen oder das Wandern, weil Wandern ist ja ein wahnsinnig beliebtes Thema, ja nicht nur bei uns Bergsteigern, die auf die Wildspitze gehen wollen, sondern auch für die Leute, die einfach nur am Hügel herumwandern wollen, in der Nähe der Wildspitze beispielsweise. Das ist ein Riesenthema. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich finde die Idee, wie sie das in Prägraten in der Nähe des Großvenedigers gemacht haben, sehr gut. Denn da haben sie gesagt, wir brauchen keine großartige Straße nach oben zur Johanneshütte, sondern es reicht uns im Prinzip eine kleine Straße mit einem Taxi-Shuttle-Service. Dieser Shuttle-Service, der verkehrt an den Wochenenden und ich glaube sogar am Wochenende einmal, sogar zwei Uhr morgens, wenn man die Großvenediger als Tagestour bestreiten möchte. Also da wurde ein kompletter Shuttle-Service nur für die Wanderer und Bergsteiger eingerichtet. Der fährt zu Preisen, wo man sich jetzt drüber streiten kann, ob die jetzt großartig sind oder nicht. Aber es ist ein wahnsinnig tolles Angebot. Und ich glaube, dass sich dieses Angebot auch lohnt. Und ich glaube, dass man gerade, wenn man das jetzt aus öffentlicher Hand finanzieren würde, das Ganze auch nochmal etwas billiger bekommen würde. Der Großvenediger ist aber kein Massentourismus, sondern der Großvenediger ist eigentlich einfach nur ein normal touristisch erschlossener Berg. Das bedeutet, das Argument, dass man mit solchen öffentlichen Verkehrsmitteln nur ins Kütai oder nach Ischgl oder nach St. Anton am Adelberg kommt, wo quasi im Winter einfach die Sau rausgelassen wird, das stimmt nicht ganz. Es gibt auch infrastrukturarme Gegenden und glaubt mir, Hinterbichel und Prägraten sind definitiv infrastrukturarm, in denen das einfach anders gelöst wird und trotzdem der öffentliche Verkehr möglich ist und es mir möglich ist, insgesamt mit den Öffis auf einen Berg zu kommen, der gar nicht mal so uninteressant ist und ziemlich cool ist. Wenn man da jetzt einen Schlussstrich drunter ziehen müsste, könnte man natürlich sagen, der öffentliche Nahverkehr ist sehr, sehr gut in Österreich zumindest. In Süddeutschland ist er meiner Erfahrung nach nicht ganz so gut, aber man könnte sagen, okay, man kommt mit dem ÖPNV auch in Allgäu und so über fünf Umwege vielleicht mit den Öffis in die Berge. Wenn man das alles ausbauen würde, dann könnten wir uns viel Individualverkehr und viel Parkplatzprobleme vor den Wanderwegen sparen. Man müsste aber eben auch eine gewisse oder einen gewissen Anreiz schaffen, dass die Menschen dieses Eingebot dann wahrnehmen. Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich hier die Katze sehr oft selbst in den Schwanz gebissen. Viele Leute würden gerne öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Dann werden diese öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung gestellt, aber sie sind dann nicht so attraktiv, dass die Leute sie tatsächlich nutzen. Dann steigen sie also wieder um auf den Individualverkehr und steigen ins Auto. Dann erkennt die Politik und vor allen Dingen die Planung der öffentlichen Verkehrsmittel, okay, es wird doch nicht genutzt und sie schrauben das Angebot wieder zurück. Danach schreien die Leute wieder, dass es ja vernünftige öffentliche Verkehrsmittel bräuchte, mit denen man tatsächlich auch alle Orte zu jeder Uhrzeit erreichen könnte. Das widerspricht wieder der Wirtschaftlichkeit des öffentlichen Verkehrs. Und somit drehen wir uns eigentlich ständig im Kreis. Es bräuchte also in Wirklichkeit eine Politik, die sagt, okay, wir nehmen das Minus, das wir wahrscheinlich mit diesen Streckenabschnitten machen werden, in Kauf und fördern so, dass die Menschen in Regionen kommen, die sie sonst ohne ein Auto vielleicht gar nicht sehen würden. Das ist ein Mehrwert für die Gesellschaft, das ist ein Mehrwert für die Lebensqualität aller Menschen, die vielleicht einfach etwas in der Natur erleben und sehen wollen. Ich persönlich würde persönlich, also ganz ehrlich, ich persönlich würde jede Strecke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nehmen, wenn ich wüsste, dass es sich entweder finanziell oder in der Zeiteffizienz lohnen würde oder zumindest nicht schlechter gestellt ist. Denn ich persönlich sitze viel lieber, wie schon angesprochen, in einem Bus und lese ein Buch, als konzentriert hinter einem Steuer zu sitzen und mich auf den Verkehr konzentriert zu müssen und darauf konzentriert zu müssen, dass ich nicht irgendwo einen Unfall baue oder irgendwo in den Abgrund fahre. Das ist keine großartige kognitive Herausforderung, aber ich könnte mir gut vorstellen, diese Zeit auch einfach ganz anders zu nutzen. Denn wenn ich im Fernverkehr sitze und irgendwo hinfahre, dann nutze ich die Zeit auch viel effizienter, als einfach nur hinterm Steuer mit ein bisschen Popmusik aus dem schlechtesten Radiosender der Region im Hintergrund zu haben. Alles in allem bin ich also ein Freund des öffentlichen Verkehrs. Ich bin einfach nur nicht ganz davon überzeugt, dass der öffentliche Verkehr in den infrastrukturschwachen Regionen der Alpen gut funktionieren könnte. Ich würde mir aber trotzdem gleichzeitig wünschen, dass er da funktionieren würde. Ich würde mir wünschen, dass ich, keine Ahnung, vielleicht auch in Zermatt irgendwo öffentlich sehr leicht und locker bergsteigen gehen kann. Ich habe aber hier von hier aus keine vernünftige Verbindung und das aus Innsbruck, wo wir eine sehr gute Ost-West-Anbindung in die Schweiz hätten. Ich habe hier einfach keine gute, vernünftige Verbindung, die es logisch erscheinen lässt, dass ich nicht das Auto nehme, sondern mich in den Zug setze, beziehungsweise dann eben in weiterer Folge in den Bus. Das alles macht also für mich jetzt gerade keinen Sinn. Wir könnten also überregional dafür sorgen, dass wir Menschen eigentlich ganz selbstverständlich uns in den Zug setzen und dann in die Berge fahren. Das wäre rein theoretisch möglich, wenngleich es nicht wirtschaftlich wäre. Aber wie gesagt, der Mehrwert und die Lebensqualität von Menschen ist oftmals nicht wirtschaftlich. Denn einen Park irgendwo aufzustellen, mitten in der Innenstadt, wo sich Leute erholen können, ist natürlich nicht wirtschaftlich, denn er bringt keine Einnahmen. Aber er erhöht die Lebensqualität der Menschen, die in dieser Stadt wohnen. Und genauso ist es letztlich auch mit dem öffentlichen Personenverkehr. Egal ob Fernverkehr oder Nahverkehr, wir Menschen profitieren in unserer Lebensqualität davon, dass wir Wege auch einfach öffentlich zurücklegen können. Und natürlich ist es scheiße, dass wir jetzt Maske tragen müssen, wenn wir in den Öffi sitzen. Und natürlich ist es scheiße, dass der öffentliche Nahverkehr vielleicht auch manchmal Verspätung hat und so weiter. Aber unterm Strich funktioniert der öffentliche Verkehr in Österreich sehr, sehr gut. Deutlich besser als in Deutschland. Wir haben fast keine Verspätungen bei Zügen, Bussen und Straßenbahnen. Wir haben sehr, sehr erschwingliche Preise. Und in diesem Sinne bin ich der Meinung, dass wir den öffentlichen Verkehr überall da nutzen sollten, wo wir ihn auch nutzen können. Und ich weiß, dass es viele Autofahrer gibt, die sagen, ich lasse mir mein Auto nicht wegnehmen. Aber ehrlicherweise, niemand nimmt euch oder mir das Auto weg. Wir werden nur mit Alternativen konfrontiert, die im Zweifelsfall vielleicht sogar besser sind. Man muss sich nicht ultimativ entschließen, nur noch den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Man muss sich auch nicht einseitig dazu entschließen, immer nur das Auto zu verwenden. Aber persönlich habe ich in den Jahren für mich erkannt, dass es immer eine gute Idee ist, einfach mal zu checken, ob ich zu einem Ort XY nicht vielleicht auch öffentlich komme. Und manchmal dauert es überhaupt nicht länger und wenn ich dann die Benzinkosten oder ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen das Kilometergeld für mich berücksichtigen würde, dann würde ich erkennen, dass ich mit den Öffis eigentlich nicht schlechter dran bin. Im Gegenteil, ich kann mich sogar reinsetzen und mich schon mit der Tourenplanung nochmal im Detail befassen, bevor ich überhaupt angekommen bin. Währenddessen, während ich mit dem Auto natürlich einfach nur die Anreise bewältige und dann ohne neue Informationen am Start stehe. All das zusammengenommen sagt mir, ich will eigentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge reisen können. Es würde mich freuen, wenn diese Möglichkeiten gegeben sind und es würde mich freuen, wenn diese Möglichkeiten besser wären. Aber deswegen auch hier nochmal die Frage, wenn euch dieses Thema interessiert, ich stelle mich der Herausforderung gern und versuche ein paar Berge mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder auch gerne an kontakt.alpenacademy.at wenn euch das interessiert. und es freut mich immer, wenn ihr mir Feedback gebt zu gewissen Themen. Es freut mich auch natürlich auch immer, wenn ihr fleißig mitdiskutiert. Aber gerade bei diesem Autofahrer-Thema und gerade bei dem Verkehrsthema ist es immer ganz, ganz schwierig. Ich weiß, da kochen viele Gemüter sehr, sehr schnell hoch. Deshalb bleibt immer sachlich, wenn wir über so ein Thema sprechen. Aber wenn euch das interessiert, kann ich natürlich auch gerne mal probieren, gerade jetzt im Winter dann vielleicht, wo es dann mit den Skiern und so weiter nicht ganz so einfach ist, mal öffentlich in die Berge zu kommen und zu schauen, wo ich denn damit überall hinkomme. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie ist das bei euch? Fahrt ihr eigentlich gelegentlich mit den Öffis in die Berge oder seid ihr immer mit dem Auto unterwegs? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Mich würde gerade hier interessieren, seid ihr jemand, der lieber mit dem ÖPNV fahren würde, wenn es denn eine bessere Anbindung gäbe? Oder seid ihr doch jemand, der sagt, ich will mit dem Auto fahren, das ist mir alles viel zu umständlich mit den Öffis, lasst mir mein Auto und gebt mir mehr Parkplätze. Würde mich wirklich interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das heutige Thema, auch wenn etwas kontrovers und etwas schwieriger definitiv, hat euch interessiert und gefallen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit, genießt die nächste Woche bergheil.